Frau Harzer, warum sollte ich Sie wählen? Ich bin mit Leib und Seele Sächsin. Mein Herz schlägt für das Erzgebirge. Ich werde mich persönlich dafür einsetzen, dass das Erzgebirge eine Zukunft hat. Dies bedeutet die besten Möglichkeiten für die Wirtschaft, für Innovation und für beste Bildung hier in unserer Region, damit auch die nachkommenden Generationen die Möglichkeiten haben, hier zu leben und dies auch tun wollen. Mit welchem Koalitionspartner bzw. welchen Koalitionspartnern würden Sie nach der Wahl gern Regierungsarbeit leisten? Wir würden gern aus dem demokratischen Spektrum mit den Parteien bzw. dann Fraktionen gemeinsam arbeiten wollen, mit denen wir am meisten von unseren Vorschlägen und Ideen umsetzen können. Sie sind Mutter von drei Kindern. Wenn Sie an deren Zukunft denken, was bereitet Ihnen am meisten Sorgen? Die meisten Sorgen würden mir bereiten, dass meine Kinder hier keine Perspektive haben, dass sie keine Ausbildung fänden, dass sie keinen Arbeitsplatz fänden, dass sie keine Möglichkeiten hätten zu studieren und ihr persönliches Glück zu finden.